Ich wünsche einen schönen guten Morgen, wir kommen zum zehnten Tag. Wir essen jetzt wieder Frühstück, hier wieder das gleiche, Marmelade und Brötchen und Kaffee. Ändert sich ja auch nicht. Auf alle Fälle wollen wir heute mein Auto rumdüten oder auch nicht. Das Wetter abhängig, habe ich ja gestern schon gesagt. Vielleicht gehen wir auf Bahn, gehen in der Badehandszeit, mal gucken. Ist das eine Abnahme von dir da weg? Ne, lass meine Aprikosen da liegen. Ein bisschen nur. Ich habe gesagt, das sind so. Mach, sind sie meine Aprikosen. Ne, nehm doch von mir Aprikosen. Das kann nicht wahr sein, Leute. Der klaut meine Aprikosen. Alle jetzt mal Hashtag Aprikosenklaue ein, den Chefs. So, in die Kommentare. So, jetzt mal hier eine Marmelade und mal eine Brötchen. So, dann sind wir da. Jetzt essen wir hier Mittag. Ich esse das heute mal Hinschi geschnitztes mit Stammkartoffeln. Und ja, seht ihr ja. Das schmeckt ganz gut. Hinschi, äh, Rinder geschnitztes Zwei natürlich. Und mit Pilzen. Ja, sieht gut aus. Auf alle Fälle heute ist ein Regner aus dem Park. Heute haben wir noch nichts gemacht. Wie ihr seht, sind wir vom Frühstück jetzt vom Mittag drüber. Vielleicht machen wir noch irgendwas. Man weiß nicht was. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal auf hier mit meiner großen Rater. Wie jeden Tag. Und, äh, mal gucken, was für das ist. Wir essen hier im Restaurant. Ähm, Lindendauer Park oder wie auch immer heißt. Keine Ahnung. Und eigentlich wollten wir Sushi essen. Aber da war kein Platz mehr. So, Leute, da sind wir schon wieder. Wir essen jetzt Abendbrot hier in der Jugendherberge. Heute war ein... Ein Tag der Langweiligkeit. Heute Morgen sind wir aufgeregt am Frühstück gegessen. Mittag in diesem Einkaufsgeschäft. Und danach haben wir Urlaubsformel geguckt auf meinen Laptop, die wir aufgenommen haben. Also von meinem Vater und von mir. Und jetzt essen wir Abendbrot der Jugendherberge. Es gießt in Strömen draußen. Und wir machen heute jetzt, glaube ich. So, machen wir nix. Was wollen wir machen? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich muss derzeit die Vlog schneiden. Ich hoffe euch der Vlog, der, ähm, mit dem Reinfall, ich hoffe, dass euch das gefallen. Weil ich habe mich selbst wieder mal geschnitten und selbst schneiden. Ihr wisst ja, wie das ist. Ähm, ja. Ist halt anders, ne? Ich mache das zwar ein bisschen anders als mein Cutter, aber jeder schneidet irgendwie anders. Jeder hat seinen eigenen Stil und seinen eigenen Style. So, auf alle Fälle esse ich jetzt am Mittag hier auf. Und, äh, so, Lola ist immer schon wieder da. Jetzt trinken wir noch einen Cocktail. Auch wenn der Tag heute so langweilig ist und wir nichts gemacht haben. Gefühlt habe ich jetzt eben gerade noch den neuen Vlog geschnitten, mit dem ihr schon gesehen habt. Ähm, Konstanz. Ja, Konstanz, genau. Konstanz. Auf alle Fälle, ähm, kriege ich jetzt meinen Cocktail. Und leg auf. Ich werde ihn schön rein. Der kegelt. Leg auf. Und, äh, ich glaube, wir wollen auch Karten spielen auf alle Fälle. Wir sind auf alle Fälle in das Zimmer. Dann spielen wir ein bisschen Karten. Und dann machen wir ein bisschen Karten. Das ist die Lila von meinem Vater. Also wir haben jetzt jetzt so ein Bodensee-Lied aufgenommen. Das kommt dann morgen ins Video. Und wenn ihr die Lila von meinem Vater haben wollt, dann müssen wir die Lila von meinem Vater haben. Auf alle Fälle, wenn ihr noch mehr Lila wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, wenn wir nochmal sowas machen sollen. Das ist kein Problem. Dann fragt ihr Jochen Flo hier neben mir. Und, äh, ja, ich wünsche euch allen Gute Nacht, Leute. Morgen wollen wir auf alle Fälle die Reintour machen, die wir heute nicht gemacht haben, wegen Rotzscheißwetter. Ja, aber morgen fahren wir dann diesen Rhein ab, wo der reinfließt und dann wieder weiterfließt. Keine Ahnung, wir werden das auf alle Fälle sehen morgen. Ich wünsche allen Gute Nacht, Leute, schlaft ihr den Jut. Wir sehen uns morgen früh wieder in alter Frühstelle. Haut rein, peace out! Ich wünsche euch allen Gute.